Darf ich da anknüpfen? Malerei, finde ich, ist ein gutes Stichwort. Erstmal gibt es natürlich Gemälde vom röhrenden Hirsch, kennt ja jeder. Da wird eventuell auch in der hochwertigen Hirschmalerei der spezielle Jägerstrich angewendet. Das war sehr schön, aber was war das jetzt? Bob Ross kam doch mal eine Zeit lang nachts in Baden-Schwollfunksraum. Der malte mit uns, wir lernten zu machen. Baden-Schwollfunksraum, BR Alpha oder was? Okay.